und meiner mitte mario master jetzt haben wir es getan ja im letzten part haben wir ein flugzeuglevel gemacht und ein weiteres schnuffel level mit magma das kacke mags nicht was machen wir jetzt wir machen danke golfbild oder tennisbilden können was denn jetzt wenn am ping kommen meinsame tischtennisbälle sind aus also eindeutig football du weißt denn das football sind nicht nicht sind rund die tagen warum sollten wir in eilige gegend mit eilige gegend ich höre es dir jetzt sagt mir basketball ist in branchen was gibt was gefällt ist blau mal liebe ich bin abgelenkt ich sollte mich konzentrieren natürlich kann die essen aber gott ist ein herz das leid ich weiß was ich mache tschüss tschüss ich bin wirklich nicht nicht bei mir bist du in viel viel besseren händen ok ja ich habe sogar überlegt ich muss ja sagen wie wir hier schon ein bisschen zu mir sind geindruckt warum wir sind nicht tot nicht zu sterben wir verlieren nur fünf herzen ich bin auch noch nicht geschluckt darüber müssen wir mal reden nee nee die paar zeile rechte dafür nicht dafür ist der partner blume alles läuft es läuft es läuft die nase läuft halt stop ich habe sie gesehen die münzen beschert sei glücklich darüber ja hat er ich will es nicht herausfinden ich habe noch durch die gegend gebrochen ja und wir werden es wieder tun 7 8 7 oder 8 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 9 9 10 9 10 9 11 10 11 11 12 11 12 12 12 12 2 12 13 12 12 12 12 15 13 15 15 16 24 ным ich aber auch in diesem leben nicht wirklich die möglichkeit ja das war auffällig ja mit dem bus natürlich haben wir das nein ich habe ja ein voller herzen und so ja wir sind dann schon wieder keine ahnung jetzt musste die letzte blume und jetzt kann ich an doch mich aber schon oft bekomme ich da hinten da hin runter klima natürlich wieder nichts da wäre hier ja man ja 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 ha ja habe ich mir so am schild der eine ist ein video wo so ein typ in die ich nach alle springt an sich den kopf da irgendwie wir haben 100 münzen und wir haben alle blumen und wir haben alle guten münzen gefunden damit bin ich zufrieden das minuten ja gut gehen wir ins ninja land hier muss zoll bezahlen stellen sie wahrscheinlich einfach nur dahin ja das überhaupt exil viel besser wie sage ich nur die zahnräder drehen müssen wir die dafür ninja ninja die raten sind viel besser eine versteckte bedeutung hat hier gerade gesagt hat aus der trügerischen türen es kommt mir irgendwo bekannt vor ja super mal und 3d wort weiß nicht was er gemacht aber ich habe ihn vergessen hat ein schulker rausgeholt so nicht gesehen ja aber ich habe ihn gepresst bevor er das macht konnte auf die stelle also wir sind los künstler uns wieder neu raus entspannen sich darin er wird einfach nicht gestört schleich noch umgekehrt da sind wir kommen aus dem rohr aus das bezweifle ich bedarf dringenden nachforschungen reingelaufen neben weiter ja das ist ein einsamer wanderer das kann ich nicht gut heißen bin ich haben es war müssen wir drehen okay ja genau wo bist du jetzt gerade da bist du wir haben es nach oben können sie auch noch machen ausrede das sagen sie ja genau das sagen sie alle frau ausrede sagt dazu nur dann ab und nein außerhalb der kamera kann man das nicht hinter mir hergespielt das ist überhaupt nicht mehr aktuell noch nicht so schwer hätte das gedacht es wird gedacht ein bisschen einsammeln und ich sagte den haus frei sei ja ja ich hab dich gesehen okay die absprache nicht wenn die absprache nicht funktioniert ja 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 japan die große frage dahin gesundheit der messer pass auf die direkte bezeichnung wäre natürlich im bereich ich habe überhaupt auch schaden hier bekommen ja es ist nicht mein allgemeiner überhaupt schaden bekommen wir in dieser lette keine ahnung dreh mal um ich kann auch von der anderen Seite einfach ich hab keine eier ich muss echt sagen das war echt ein cooles Level angeflogen fliegen ja wir haben alles wir haben alle Blumen 100 Münzen wir haben beide 20 Herzen und wir haben 20 Münzen ok cool das ist ja schön da kommen wir wieder zum spektakel mit makel da kann man kaufen 200 wie viele Minuten haben wir bereits 20 meinst du treten und wir hängen noch ein Level dran ja klar aber erstmal shut up and take my money hier Gold 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 Nein 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 einfach muss zylinder ein heizofen pralinen schachtel und eine papierschachtel diese zeit verbringen das war zu keinem zeitpunkt besser unternehmen schon ok das sind diese dinge die wände oder entweder wände oder diese türen ja ich kann sagen muss nur nicht wie man sie sehen wie man sie nannte jetzt weiß schule sie na dann let's go ja da guckt er einmal weg und dann wieder gemessen kommt er mit messer schon sagen wir haben wir verpasst er kam so gedreht ich hätte jetzt auch gedacht werden schuhe kennengelernt auch gerade einer geflogen das hast du nicht kommen sehen ich habe keine reihe aber nicht die karte immer diese optischen illusionen schlimm ab und dann haben wir zwei irgendwie denke ich jetzt haben wir uns diese türen einfach und das hat ja ja du unten ich bleibe oben es ist einfach nicht zu erkennen wer wer ist diese illusion aus so dass wir uns nicht mehr erkennen können wie bist du denn ich weiß es nicht okay das habe ich mir gedacht ich auch ich muss sagen das war ein guter abschnitt der welt das haben wir alles nein wir haben eine blume vergessen ja genau die münzen die eingesammelt haben wir haben sie auch nie erkannt ja wir sind nicht hingekommen da waren zwei wände ja ich meine schuld ja ich sage sehen wir uns im nächsten part also bis dann und tschau bis die kocht geht ja Untertitelung des ZDF, 2020